laura was machst du ich spiel Mario Kart siehst du doch darf ich mitspielen nein du bist so doof Anna geht's raus aus meinem zimmer bitte ich bin nicht in deinem zimmer ich bin ich bin nicht in deinem zimmer Anna mach ich jetzt einfach die Tür zu Anna es ist mein Zimmer geh jetzt raus du bist doof du bist doof ja dann bin ich halt doof wenn ich nicht mitspielen darf dann sag ich Mama dass du mich geschlagen hast Anna was soll das du lügst dann Mama Anna hör auf Anna was ist hier los Anna warum weißt du laura die schlagen hätte ich mich einfach auf den Boden geschmissen du lügst